Herzlich Willkommen zurück. Ich habe mich offscreen ein bisschen umgeschaut und habe hier ein neues System oder ein neues Cluster entdeckt, in dem ich noch nicht gescannt habe. Die Reaper sind kurz davor zu erscheinen, aber wir haben auf dem Planeten Eletania was gefunden. Starten wir mal den Scanner. Schauen in welche Richtung das ist. Da, okay. Okay. Ein interferometrisches Gitter. Okay. Keine Ahnung was das genau ist, aber ich bin froh, dass wir es gefunden haben. Dann müsste noch eine Sache hier versteckt sein im System, aber ich glaube fast, dass das Treibstoff ist. Oh ja, den nehmen wir aber auch noch mit. Ich brauche dringend Treibstoff. 370 Einheiten, das füllt mich wieder komplett auf. Muss ich nicht zur Zettadelle. Oh, und weg von den Reaper. Fahren wir nochmal nach Theseus ganz schnell und scannen das System ab. Sehr hübsch hier, dieser grüne Nebel. Das gefällt mir. Also hier würde ich wahrscheinlich ganz gerne wohnen. Na ja, vielleicht aber auch nett. So, da haben wir was gefunden. Sehr gut. Und die Reaper, naja, sind noch nicht halb da. Auf Feroz. Oh, cool. Auf Feroz. Das Unternehmen Exogeni. Das müssen wir lesen, weil wir kennen den Planeten. Das Unternehmen Exogeni hat auf Feroz eine Pilotkolonie gegründet, um die proteanischen Ruinen zu erschließen, die zwei Drittel der Planetenabwehrfläche bedecken. Die Atmosphäre ist extrem staubreich und die Fortbewegung zu Lande wird durch die meterhohen Trümmerschichten erschwert. Es gibt Hinweise darauf, dass Feroz früher eine sehr viel kältere Welt war. Feroz hat zwei Monde. Orkan und Vardett. Gut, gut, gut. Schön, auch mal wieder hier zu sein. Scannen wir das ab. Bin gespannt, was wir finden. Vielleicht was Proteanisches? Einen Exogeni-Wissenschaftler. Haben wir gefunden. Na gut. Komme ich auch mit klar. Dann fehlt hier auch immer noch ein Aktivposten. Oh, 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 oh. Es geht los. Die Reaper kommen. Aber... Oh Gott, kommen wir von überall. Außer von hier. Ich glaube fast, dass das auch wieder nur Treibstoff ist. Aber fahren wir... Fliegen wir erstmal hier rum. Ah, la, 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 la. Reaper umgang. Reaper umgang. Fliegen wir wieder rein. Okay, das ist ein dummer Weg, den ich hier fliege. Ich fliege jetzt gerade quasi nochmal den gleichen wie eben. Aber wenn hier Treibstoff ist... Flieg mal von hier oben rein. Äh, ich wollte eigentlich nicht hier reinfliegen. Nein. Meine Güte. Was tut man nicht alles für die 100% auf dem... Auf dem... Auf der Anzeige. Ja, hier ist ein guter Anflugpunkt. Hier waren wir noch nicht. Wahrscheinlich ist das, was ich suche, genau da, wo die Reaper alle rauskommen. Ja, dann warten wir vielleicht noch bis zur nächsten Mission. Oder bis nach der nächsten Mission. Dann fliegen wir zurück nach Herkules. Und von da an dann zur Citadel. Weil, auf jeden Fall. Ich muss, weil ich habe keinen Treibstoff mehr. Außerdem kommen hier ja auch Reaper. Oh, 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 oh. Komm. Lass mich Glück haben. Ja, ich habe Glück mit meinen Reaper-Portalen. Super duper. Super duper. Ähm. Wir können nochmal ganz kurz hier gucken. Im Petra-Näbel. Aber ich glaube, den haben wir schon hervorgestern. Ich bin mir relativ sicher. Dass es hier auch nur eine Quest gab. Ja, da haben wir doch irgendwas. Das kommt mir bekannt vor. Die Grissom-Akademie. Ganz genau. Hier ist nichts. Dann zur Citadel. Ohne weitere Unterbrechung. Da haben wir vielleicht ein paar Nebenmissionen abzugeben. Aber auf jeden Fall mit Udina zu reden. Oder über Udina zu reden. Und zwar mit dem salarianischen Ratsherren. Der gesagt hat, er wäre mir noch wohlgesonnen. Hm. Bin ich ein bisschen skeptisch. Oh. Allianz-Kontrolle. Hier ist die SSV Normandy. Haben wir Landeerlaubnis? Allianz-Kontrolle. Hier Normandy. Wir sind unterwegs zu Bucht 14. Sakera-Bezirk. Haben wir Landeerlaubnis? Was ist hier los? Was ist hier los? Cerberus. Was zum Teufel geht da unten vor? Selbst bei einer Fehlfunktion der Station müssten die Backups online sein. Ich habe ein übles Gefühl. Überprüfe die Notsignalkanäle. Hey, ja, hier ist Joker. Aha. Ja, ohne Witz. Commander, ich habe Thane in der Leitung. Er sagt, das sei wichtig. Sie sollten sich das anhören. Ja, stellen Sie durch. Shepard. Die Citadel wird angegriffen. Überall sind Cerberus-Truppen und sie haben die Kontrolle über die Docks. Außer Gefahr? Nein. Ich musste Ihre Elite-Soldaten im Krankenhaus umgehen und bin jetzt bei einer Ladenfront auf dem Präsidium. Hat Ashley's geschafft? Wir wurden getrennt. Sie sagte, sie müsse den Rat beschützen. Ich bin unterwegs zum Hauptquartier von C-Sicherheit. Wieso C-Sicherheit? Es wurde eingenommen. Und C-Sicherheit braucht es. Solange Cerberus es hält, haben sie auch die Station. Gut, Joker. Nicht zu den Docks. Es geht zum Hauptquartier von C-Sicherheit. Wir nehmen das Shuttle. Oh mein Gott. Wie kann das nur passieren? Wie kann nur die Citadel übernommen werden? Sind die denn alle inkompetent? Ist Cerberus so toll? Warum regieren dann die Menschen noch nicht die ganze Galaxie? Meine Güte. Okay. Wen nehmen wir da mit? Wollen wir James mitnehmen? Oder James, wie ich ihn gerne nenne. Garrus wäre natürlich eine Option. Garrus ist immer eine Option. Ja, ich denke, da brauche ich Garrus. Und jetzt ist die Frage, wer begleitet mich noch? Eine der Damen? Oder eine der starken Männer? Hm. Edi könnte vielleicht helfen? Nicht wirklich. Nee. Ich habe gedacht, weil die Citadel ist eine Raumstation, da hilft vielleicht der Roboter. Aber nein. Nee, ich weiß. Roboter ist das falsche Wort. Sollte man nicht sagen. Bedeutet Skalaven. Also, böses Wort. Ähm. Javik oder James? Javik oder James? Javik oder James? Äh. Javik. Ja. Javik. Ich habe mich entschieden. Der Proteaner kommt mit. James bleibt an Bord des Schiffes und kann da Sachen machen. Ja. Klemmzüge. Kniebeugen. Sowas. Ja. Ihr habt alle Waffen. Das ist mir erstmal wieder... Reicht mir völlig aus. Das zu wissen, dass ihr alle eine Waffe habt. Mehr brauche ich gar nicht. Dann schauen wir uns an, was Garros noch lernen kann. Den Betäubungsschuss könnte er lernen für... Oh. AOE oder mehr Damage. Mehr Damage! Javik, du... Ich glaube, dich hatte ich letztes Mal schon dabei. Aber das ist mir egal. Manchmal muss man Leute mehrmals mitnehmen. Ja. Schießen die auf mich? Oh. Meine Güte. Und ein Mech. Direkt zum Einstieg. Wer sitzt in dem Mech? Bailey? Ashley? Ne. Schade. Ich dachte, der Mech hätte gerade Cerberus oder gar nicht mehr gebracht. Das habe ich dann wohl falsch gesehen. Sorry. Ich bin auch generell verwirrt. Sind wir nicht gerade schon ausgestiegen? Ach du meine Güte. Nein! Okay, Leute. Hier wird gekämpft. Sofort in Deckung. Wird gemacht. Scheiß auf Deckung. Maximale... Wie auch immer. Angriffe und so. Genau, Javik. Du machst das gut. Ich komme von der Bandnet los. Lass mich los, Wand. So. Dann werfen wir mal eine Granate dahin. Und du wirst Überlastung auf das Geschütz machen. Und ich bring's um. So ist gut. Neue Singularität. Und der schieß ich in den Kopf. Oder in den jedes Kopf. Das reicht ja für die meisten Servo-Soldaten schon völlig aus. Uh, du stehst da gut. Nimm doch mal dein Scharfschützengewehr. Das Scharfschützengewehr ist noch viel sexier. Und du kannst vielleicht auch auf deine... Pew, pew, pew. Schrotflinte wechseln. Oder was, worüber du gerade benutzt. Auf das Sturmgewehr. Sorry. Sturmgewehr heißt's. Okay, der ist explodiert. Den haben wir auch erschossen. Okay. Das haben wir doch wieder... ...ganz gut gemacht hier. Wie wär's denn mal mit einem Betäubungsschuss? Uh, das sah nicht betäubend aus. Das sah tödlich aus. Hahaha. Shepard! Bayley! Ich bin dir geschickt ausgewichen. Wo bist du? Ich finde ihn nett. Wo ist er? Ach, hallo! Oh Gott. Hahaha. Ja, ja. Ich hab Kopfhörer auf. Aber Richtungshören ist nicht meine Stärke. Shepard! Ich hab gesehen, wie Cerberus sie angegriffen hat. Ich dachte, das wäre ihr Ende. Bayley! Was machen Sie denn hier? Ich versuch verzweifelt, das Hauptquartier zurückzuerobern. Cerberus hat es bereits eingenommen. Wir müssen sie vertreiben. Ohne das Netzwerk ist die gesamte C-Sicherheit blind. Wie schlimm ist es? Wissen Sie, ob die Ratsmitglieder noch am Leben sind? Sie haben sich getrennt. Wenn ich drinnen Zugriff auf ein Terminal bekomme, kann ich mehr sagen. Können Sie uns reinbringen? Ich kümmere mich um die Tür. Wenn mich diesmal keine Kugel unterbricht. Rest machen wir. Er ist angeschossen, also ich vertraue ihm. Aber ich hab schon gemerkt, er läuft hinter uns. Jetzt nicht mehr. Nee, er ist ja einer von den Guten. Aber ich wittere Verrat jetzt überall. Irgendwie muss Cerberus hier hereingekommen sein. Der C-Sicherheit-Netzwerk-Zugang von Cerberus. Wie soll das helfen? Cerberus kontrolliert die Hauptkanäle. Ich mache einen neuen auf. Sonst haben unsere Leute keine Chance. Hallo? Was haben Sie? Eine Warnung von Ratsherber Lörn. Er soll sich hier mit dem Exekutor treffen. Achtung. Verrat von innen sehr wahrscheinlich. Sonst nicht viel. Aber wenn er da drin ist. Hm. Ja, Verrat ist sehr wahrscheinlich. Aber wer? Wir haben eine Nachricht bekommen, Udina wäre... ...würde sich komisch benehmen. Aber das kann ja auch... ...ähm... ...uns geschickt worden sein, damit wir Udina verdächtigen. Andererseits würden die Cerberus-Soldaten nicht alles dafür tun, uns von der Citadel fernzuhalten? Wenn sie das hier machen würden. Also ist es wahrscheinlich... ...kann man dem glauben. Aber ich... Ich glaube nicht, dass Udina zu Cerberus gehört im Moment. Das liegt zwar nahe... ...aber ich... ...ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Ein Ratsmitglied trifft sich mit dem Exekutor? Jemand von Bedeutung soll angeklagt werden. Und dieser jemand hat wohl Freunde bei Cerberus. Der Ratsherr hat Udina erwähnt. Aber das ist Wahnsinn. Hat er überhaupt einen derartigen Einfluss? Und wer weiß darüber genaueres? Das Ratsmitglied. Hm, okay. Aber Udina... Ja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt da rein und erschießen alle Cerberus-Soldaten. Danach sortieren wir die anderen Leute. Ja. Ein Ratsmitglied ist besser als keines. Wohin muss ich? Er könnte im Büro des Exekutors sein. Eine Position, die sich brauchbar verteidigen lässt. Bin dran. Sekunde. Okay, Verbindung über Universalwerkzeug. Los. Oh, haben wir jetzt Bailey in unserem Ohr. Büro des Exekutors. Haben Sie das alles gehört? Ja. Ich nähere mich dem Gebäude. Aber das Rennen fällt mir schwer. Ich versuche zu Ihnen zu stoßen. Überanstrengig nicht. Oh. Eine Karriere bei der internen Abteilung. Also bei der Polizei der Polizei. Mhm. Bist du super beliebt. Du bist, die sind alle noch hier. Ja, sehr gut. Dann machen wir die Tür mal auf und kämpfen uns durch die Zervor-Soldaten. Die hier unweigerlich warten. Javi und ich hatten die gleiche Idee. Sofort anfangen. Oh, das Schild hat sein Schild geschützt. Ja. Das macht kaum Sinn, der Satz. Ich darf auf keinen Fall irgendwas übersehen diesmal. Aha. Weitere Poster. Der C-Sicherheit. Ah, hallo. Probier's mit Überlastung. Okay, das hat gar nicht funktioniert. Sobald ich die Schilde weg hab, von dem Ding kann ich's sprengen. Der Techniker ist, glaube ich, gestorben. Ja. Ah, Stecke-Techniker. Da haben sich meine Freunde rumgekümmert. Oder auch nicht. Aber Technik alleine ist ja keine große Bedrohung. So, Betäubungsschuss. Und Granate. Warum nicht? Warum nicht? Wir haben in der Lobby. Sie hatten sich verschanzt. Ich kann mit den Kameras alles sehen. Sie sind überall auf der Station. Wir haben's ja. Wir haben's ja. Wir haben ja Granaten und all das. Ist ja kein Problem. Ich bin Commander Shepard. Mach die Tür auf. Lasst mich rein. Oh. Nimm das. Oh, 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 oh. Versteck dich. Ich weiß. Ach, der da. Ich weiß nicht, wer da... Kam die Granate von dem, der in der Luft hing? Oder sah das nur so aus? War nur ne Ablenkung. Die Singularität, du Idiot. Diesmal nicht. Diesmal war sie wichtig. So, eine weitere medizinische Station. Sehr gut. Hier haben wir wieder Munition. Und Granaten. Sehr, sehr wichtig. Also ich kann... Ich kann wahrscheinlich Granaten benutzen wie Sau. Vielleicht sollte ich meinen Helm auch mal aufsetzen. Das ist ja... Okay. Der hat noch gezählt, wer der schon tot war, oder? So ein ganz klein bisschen wenigstens. Komme ich hier rüber? Ja. Natürlich komme ich hier rüber. Eine Präzisionsgewehrlaufverlängerung. Oh, das wird Garros freuen. Ja, das wird Garros freuen. Was haben wir hier? War ja... Hier war doch noch was, oder? Ich habe noch gerade... Ach nee, das war das Ding. Okay. Schießen wir das auf? Oh. Eine Waffen-Mod-Station hier? Was hätte ich denn finden sollen schon? Naja, egal. Aktivieren wir den Fahrstuhl. Und hinein in den Fahrstuhl. Ist alles nicht mehr so komfortabel wie noch bei unseren letzten Besuchen. Bisher nicht. Verdammt, suchen Sie weiter. Äh, da ist die Tür. Naja, ihr werdet das schon merken. Oh. Ich dachte, da fehlt der Unterkörper. Im ersten Moment. Meine Güte. Richfield. LeMont. Sind Sie am Leben? Sie verraten unsere Position. Wenn Schüsse Ihre Aufmerksamkeit nicht erregen, gelingt mir das auch nicht. Wir haben da noch gar nicht geschossen hier drin. Und als ist dieser Regen. Ja. Regen. Ist gut. So. Hier haben wir ein persönliches Log von Armando Owen Bailey. Wirklich? Ist das der Vorname von Captain Bailey? Commander Bailey, meine ich? Eintrag 1. Herr Kwan, dass er seine Berichte ordentlich ausfüllen soll, sonst trete ich seinen Arsch von einem Ende der ZDL zum anderen. Neue Terminierung des Treffens mit dem Analysten vom Zoll wegen der Frachtgewichtsdiskrepanzen im letzten Jahr. Er darf sich nicht nochmal drücken. Verdammt. Eintrag 3. Berichte, dass unerwünschte Personen illegal auf die Station kommen. Biometricsystem neu kalibrieren lassen. Schon wieder. Eintrag 4. Herx Arsch von einem Ende der Zitadelle zum anderen zu treten. Ja. Okay. Ein paar Credits wären mir lieber gewesen. Ja. Sag ich ganz ehrlich. Mir war schon klar, wie Bailey seine Leute führt. Oh. Ein Helm. Ich habe auch lange mich nicht mehr mit meiner Rüstung beschäftigt. Das muss ich auch nochmal machen, wenn wir wieder auf der Normandy sind. Ja. Das ist eine. Oh. Eine Hornet. Ja, gib doch her. Ich nehme sie mit. Geh mal hier vorbei. Das ist wohl der Weg, den wir gehen sollen. Okay. Oh. Hi. Das war einfach. Ich liebe die Paladin. Auf jeden Fall. Besser geht es einfach nicht. Wir müssten jetzt ganz in der Nähe sein. Ja, da vorne ist eine Treppe. Die führt direkt zum Büro des Exekutors. Hoffentlich kommen wir nicht zu spät. Bei dem Feuergefecht hinter mir handelt es sich um C-Sicherheit, die gerade versucht, das Kommunikationstentrum zurückzuerobern. Oh. Die Station kann sonst kein Notrufsignal nach draußen wenden. Wir wissen nicht, warum noch keine Verstärkung von C-Sicherheit eingetroffen ist. Wir wenden diese Nachricht als Endlosschleife, in der Hoffnung, dass sie jemanden erreicht. Truppen von C-Sicherheit werden dringend bei den Kommunikationstürmen gebraucht. Okay, das merken wir uns mal. Kommunikationstürme. Wirf mal eine Granate da hoch. Ich weiß zwar nicht wie, aber mach es einfach. So, und du kannst da mal einen Betäubungsschuss hinknallen. Oh. Und dann werde ich nochmal Granaten werfen. Oh. Dich hat es zerlegt, würde ich sagen. Ja, weil der zweite Schuss ist ja sogar unnötig. Okay. Ich denke, die haben wir ganz gut eliminiert. Mein neues Lieblingswort. Eliminiert. Das verstehen aber nur die, die auch Kotor gucken. Na, egal. Egal. Auf jeden Fall. Schauen wir erstmal hier unten, weil die Tür leuchtet rot und das ist eine Einladung für mich. Ja. Da soll ich offenbar nicht hin. Und deswegen will ich da hin. Schauen wir hier nochmal ganz kurz rein. Vielleicht liegt hier ja noch ein Upgrade-Gegenstand. Oder auch nicht. Habe besser zwei, dreimal geguckt, als, äh, ihn übersehen. Denn jetzt gehe ich davon aus, dass wir dem Exekutor begegnen. Oder. Oder mehr Cerberus. Wer weiß. Vielleicht kommen wir zu spät. Die Spannung ist groß. Ashley ist bestimmt hier. Der Exekutor und zwei salarianische Leibwächter hat es wohl erwischt. Also gut, weitersuchen. Wenn Sie die Leiche des Ratsherrn nicht finden, schreiben Sie ihn nicht gleich ab. Aha. Eine Tarnvorrichtung. Ich habe ihn gefunden. Anscheinend unverletzt. Bringen Sie ihn in Sicherheit. Da oben. Nein. Wer ist das? Fane. Nee. Uh. Das sieht aus wie so eine Art Samurai-Ninja. Metal Gear Solid Snake-Typ. Denken Sie nicht mal dran. Shepard, er wird uns alle töten. Das bleibt abzuwarten. Udina plant einen Butch. Die Ratsmitglieder sind in seiner Hand und sollen Cerberus übergeben werden. Drei gegen einen. Es ist vorbei. Nein, jetzt macht's erst richtig Spaß. Ach du Scheiß, umzingelt mal den Salarianer. Der steht mir dazu frei. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Wow. Oh oh. Was? Ja. Das kommt halt davon, wenn man nur rumsteht. Und äh. nicht mitmacht. Shepard, da bist du selbst dran schuld. Ach ja. Ach Shepard. So groß ist dein Magazin doch gar nicht. Wie schlimm ist das? Ich habe noch Zeit. Schnappen Sie ihn. Shepard, was geht da oben vor? Fane braucht schnellstens medizinische Hilfe und ich muss mich um einen Attentäter kümmern. Der ist vermutlich hinter dem Rest des Rats her. Machen Sie publik, dass Udina die Macht an sich reißen will. Ich muss zu dem Ratsherrn. Sie werden zu einem Shuttleplatz auf dem Präsidium gebracht. Fahren Sie. Ich werde versuchen, sie zu erreichen. Kann man nicht einen wenigstens da lassen von meinen Gruppenmitgliedern für Fane? Ich habe die Position des Rats. Ich sende Sie an Ihren Wagen. Gute Arbeit, Bailey. Wir sind fast da. Oh, du bist so tot, Junge. Du und dein dämliches Schwert. Aber was ich sagen muss, dieser Kerl ist die gutste Sau seit langem. Der ist gerade auf ein fliegendes Taxi gesprungen, um es mit seinem Schwert auszuschalten. Und dann ist er ein anderes Taxi gesprungen. Also ich meine, das ist schon cool. Das wäre cool, wenn man es mit Autos macht. Aber mit Gleitern ist das noch cooler. Aber das heißt nicht, dass ich mich trotzdem erschießen werde. Bei der ersten Gelegenheit. Denn die Szene mit Fane war mir zu kurz. Ich finde das schade. Könnte Udina die nicht einfach auch umbringen, was weiß ich, in den Raum locken und eine Handgranate reinwerfen? Wäre das nicht ökonomischer, als sie zu einem Attentäter zu locken? Aber anscheinend liege ich falsch. Udina ist der Böse. Und nächstes Mal werden wir versuchen, ihn zur Strecke zu bringen. Bis dann.